hallo da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen folge 7 days to die last survivor wir sind jetzt auf dem weg wie gesagt ich bin auf dem weg zum händler so wie angesagt das heißt jetzt für mich schnurstracks durch inventar ist voll ich zeige es mal ganz kurz hier zack alles mögliche dabei unter anderem auch schaufel für sand der axt und picke natürlich um dann noch ein bisschen ressourcen auf rückweg zu holen und vor allem aber eine range mit dabei ganz wichtig um autos zu zerlegen das heißt ich brauche eine batterie ich brauche motor also gucken dass ich das irgendwie bekomme dass wir das minibike bauen können denn das ist natürlich dann ein punkt der die wege unglaublich erleichtert und wir schneller vorwärts kommt dadurch deshalb langsam machen genau dass wir da vorwärts kommen und beziehungsweise da das ganze auch mit dem jetzt das looten überhaupt nicht möglich wie gesagt alles voll bei mir das ganze inventar aber anständig verkaufen jetzt ich hoffe dass der mir wirklich das meiste abnehmen also ich werde erstmal das teuerste natürlich verkaufen dass das alles weg ist da mal gucken was so am meisten bringt und den rest klar den nehmen wir wieder mit dem werden wir ein anderes mal verkaufen und wenn wir Glück haben ist er nicht mal im verbrannten biom mit etwas glück gleich sehen da oben ist er auf dem bärsch das stamina ist wieder am ende es würde uns vor allem ein minibike würde uns einiges vereinfachen nämlich vor allem auch den punkt looten in dir's will nämlich alles kann ich sowieso nicht mitnehmen von dir's will aus deshalb werden mini bike ganz gut weil dann können wir hin und her fahren und das zeug stück für stück abholen und sind dann einfach schneller gut ich habe keine ahnung was ich hier oben gesehen habe ich dachte der wäre hier oben ist aber nicht da unser direkt am verbrannten da drüben das müsst ihr noch ist das noch dir's will da drüben könnte sein das könnte sein so rückweg wie gesagt werden wir alles mögliche machen wir werden holzfarmen und so weiter und so fort wir werden autos zerlegen bisschen jagen vielleicht dann auch gleich war da schon ein hund ich werde mal auf shotgun wechseln oder war das nur ein zombie ok einmal gas geben bitte oh welch ein glück der hat jetzt erst aufgemacht an die uhrzeit habe ich gar nicht gedacht so trader joe dann werden wir nämlich danach den erstmal ausluten ausrauben servus grästi gebt er gleich idiot like you da zack kohle hier damit was haben wir denn da kohle noch mehr kohle auch das ob die nimmst du mir auch noch die nimmt ja mehr nix mehr na der sack ich will jetzt mal gucken dass wir das zeug weg kriegen was uns am meisten bringt davon ja da nimmst du mir schon ein bisserl was ab ne nimmst du mir den auch noch ab die nimmst du mir nix mehr ausgesagt ne naja gut dann ist ja schlimm das nimmst du mir auch nix mehr den da da schon ne ah ah das gibt kohle ah die nimmst du mir ab jawoll den auch noch so die drei nimmst du mir nicht aber das nimmst du mir ab so jetzt gucken wir mal was du so hast eigentlich für uns mechanical parts brauche ich nicht da kriege ich noch genug ähm ich habe das ja schon ein bisschen geskilled extra im vorfeld was haben wir für die hunting ah verdammt ich habe nicht nachgeguckt was wir für die hunting rifle noch brauchen na gut der ist nicht allzu weit weg aber ich sehe schon das was ich am liebsten hätte hat er nicht äh da 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 was hat uns bei der ähm ich glaube ein stock hat uns da noch gefehlt ne kann das sein war das ein stock hat nichts interessantes noch nichts interessantes hat er außer das was wir sowieso schon verkauft haben ne player wending machine da brauchen wir keine ne ne da hat er nichts interessantes da night vision 10.000 das das ich werde jetzt erstmal ausrauben mein freund mal gucken was wir da so finden bei dir Also Ausraub ist vielleicht nicht übertrieben. Aber wir werden da gleich mal ein bisschen glooten, wenn wir sowieso schon hier sehen. Guck mal an, was der hier stehen hat. Kann ich hier abbauen? Nee, verdammt. Wäre jetzt auch zu schön gewesen. Das nehmen wir mit. Auf jeden Fall. Guck mal an, da können wir gleich noch was verkaufen. Oh, ich nehme das auch alles. Aber das kann man hier nicht abbauen, ne? Blöderweise. Aber gut, was soll's. Ja, und das geht nicht. Schade, ey. Guck mal nach oben noch. Ob da noch irgendwas ist, was interessant sein könnte? Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Der Mais zum Beispiel. Den ich nicht ernten kann. Den kann ich ernten. Der ist nix. Der ist auch nix. Der auch nicht. Ja, was ist denn das für... Wo ist denn das für eine? So, da hat der noch. Den wiederum nicht. Kann ich die Steine... Äh, Ding hier wahrscheinlich auch nicht, ne? Ja, das dachte ich mir fast. Du bist aber blöder Händler, du. Bei dir kann man gar nichts zerstören. So, dann komm ich gleich nochmal. Ich verkaufe dir noch ein bisschen was. Mein Freund. Ich mach mal das Licht aus. Everything's for sale. Halt die Schnauze. Ähm. Wenn der wüsste, dass ich dir gerade sein eigenes Zeug verkaufe. Er würde nicht so mit mir sprechen. Der Idiot. So. Ach komm, das Glas, das lassen wir da. Das nehmen wir jetzt gar nicht mit. Ähm, den verkaufen wir nicht, ne? Halt die Schnauze hier. Hör mir schon nochmal. So. Willst du jetzt wieder eine Pistole haben, ne? Das brauchst du auch nicht, ne? Ja. Jetzt hab ich schon fast alles gedacht. Das ist ganz schön unfreundlich, finde ich. Der Idiot. Irgendwie. Tschüss. Zu dir kommen wir nix mehr. Sechs vorgehe ich in den Schnee. So, wo geht's jetzt raus? Hier. Schotty in die Hand. Sicher ist sicher. Tür zu. Irgendwo ist da ein Hund. Egal. Wir kloppen gleich mal ein bisschen. Ach, ich kann hier noch nicht. So ein Sack. Aber hier geht's dann. Das heißt, da nehmen wir nämlich gleich ein bisschen Kohle mit. Wenn wir schon hier sind. Bringt uns Kohle, bringt uns Holz. Und ein paar Federn haben wir auch noch. Herrlich. Gut. Dann bleiben wir gleich mal hier. Nehmen die Ressourcensteine auseinander. Das bringt uns halt immer gleich ein bisschen Lead oder Nitrate. Je nachdem. Insofern ist das gar nicht mal so schlecht. Dann Sand, hab ich ja gesagt. Würde ich brauchen. Da sollte man dann auch auf ihn was gucken. Und Autos eben. Dass die zerlegt werden. Das war eine Engine raus. Bekommen eine Batterie. Das wäre natürlich ein Traum. Also. Für mich die letzte Folge in dieser Aufnahmesession. Dann wäre es mal eine richtig geile Aufnahmesession gewesen. Was den Loot betrifft. Also SMG haben wir bekommen. Noch ein paar Pistolen. Und solche Sachen konnten uns da eine richtig coole Pistole eigentlich bauen. Und eine relativ gute, sagen wir mal so. Haben gut verkauft. Und. Ja. Ich werde da noch ein bisschen die Verkaufskiste aussortieren. Ein paar Dinge werde ich einfach scrappen. Was so Klamotten betrifft. Die sowieso nur 1 Dollar oder 2 oder so bringen. Und dann. Sehen wir weiter. So. Also hier gibt es mehr LED. Als was anderes. Aber gut. Ist auch nicht so wild. Ein bisschen Potassium hat man bekommen. Kohle ist jetzt nicht die Welt. Was wir da rausgeholt haben. Aber. Wenn man das konsequent verfolgt. Dann kommt da am Ende auch ein bisschen was zusammen. Und Holz brauchen wir ja sowieso. Also insofern. Bringt uns das Ganze schon ein bisschen was. Ist jetzt nicht so. Dass es uns überhaupt nichts bringt. So. Gleich haben wir den dann auch platt. So. Dann nochmal ein bisschen LED. Nochmal ein bisschen Potassium. Schaut dann jetzt so aus. Ja. Warum zum Geier habe ich eigentlich. Ach ne. Habe ich gar nicht. Das war die andere Anzeige. Da ist noch einer. Also es ist eigentlich jetzt mittlerweile wesentlich wichtiger. Auch diese. Ähm. Ressourcensteine. Also noch wichtiger als eigentlich vorher schon. Die Ressourcensteine zu zerkloppen. Ähm. Weil wir da eben nicht nur Stein und Metall rausbekommen. Sondern eben auch andere Ressourcen. Wie eben Potassium. Oder wie, ähm, Kohle und Led und was weiß ich was. Ähm. Du kommst mir gerade richtig. Weil ich habe momentan ganz guten Loot dabei. Habe ich das Gefühl. Gut. Okay. Ähm. Glas ist jetzt vielleicht nicht unbedingt so der tolle Loot. Aber wir wollen uns ja nicht beschweren. Also in dieser Aufnahmesession in den letzten, inklusive der letzten vier Folgen. Ähm. Sind wir Loot-technisch doch ein bisschen verwöhnt geworden. Also da haben wir ganz gut abgesahnt. Munition dabei. Und da haben wir zwei Pistole. SMG eine komplette SMG in einem ganz einfachen normalen Zombie. Also ich denke, dass es ein normaler war. Keine Ahnung. War ja nicht mehr viel übrig davon. Und insofern können wir uns da nicht unbedingt beschweren. So und wenn die Trader an der gleichen Stelle sind, dann werde ich als nächstes mal den Trader im Schnee, ähm, aufsuchen. Aber das dann, wenn wir ein Minibike dann zusammen haben und den dort mal suchen. Ähm. Und dann werden wir auch ein bisschen mehr über die Map düsen. Also das ist, ähm, auch mal Fakt. So ich glaube es fängt gleich wieder das Regen an. So den nehmen wir noch mit. Und dann machen wir uns erstmal weiter, dass wir, ähm, ein paar Autos finden und zerlegen. Holz werde ich dann in der Nähe der Base dann, ähm, noch schlagen. Aber ich denke, Holz, das werden wir dann in der nächsten Folge dann machen. Ähm. Dass wir da vorwärts kommen. Vielleicht werde ich jetzt mal noch in Richtung Kirche gehen. Das ist vielleicht gar nicht so verkehrt. Da erstmal kurz clearen. Und dann... die Autos dort auch zerlegen. Ey. Bleib stehen. Du bist doch schon tot. Du überlebst das nicht. Bleib stehen. Lauf nicht davon. Wo bist du? Aha. Da hast du dich hingelegt. Vorne sind wir auch schon an der Straße. Äh, da ist ein Messer. So, das lassen wir mal weg. Davon haben wir mittlerweile genug. So. Also. Straße heißt Autos. Autos heißt potenziell Batterie, potenziell Motor. Das ist leer. So, versuchen wir mal unser Glück. Daumen drücken, bitte. Ich drück alle mit, die ich hab. Schauen wir, was uns da jetzt gleich erwartet. Oder auch nicht. Ja. Das war jetzt nicht schon so prall, ne? Oh. Da verlieren wir ein bisschen was. Ähm. Davon haben wir genug. Das schmeißen wir uns mal weg. Die Knochen haben wir eigentlich auch genug. Schmeißen wir es weg. Das Gras schmeißen wir weg. Dann haben wir da ein bisschen Platz. Da ist ne Engine. Wir machen dann mal weiter, da war schon mal eine Engine. Das ist schon mal gut. So, mal gucken, dass wir vielleicht noch eine Batterie bekommen. Hätten wir nämlich unter Umständen auch noch... Habe ich eigentlich Reifen? Den Stoff schmeißen wir weg. Davon haben wir auch genug. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich Reifen habe. Deswegen werden wir da doch noch mal ein paar Meter weiter gehen. Was ist denn hier los? Wieso liegen die hier noch alle? Das ist schon ewig her, wo ich hier war. Und vor allem... Da haben wir einen Reifen dabei. Und jetzt gehen wir ab Richtung Kirche. Gehen wir jetzt ab Richtung Kirche. Du kannst mich mal... Von der Frau ist die Kirche. Was für Reifen waren das? Oha. 5,98. Respekt. Das ist nicht schlecht. Erstmal brauchen wir einen Crossbow, bevor wir Auto zerlegen können. Und dann hoffe ich, dass ich jetzt vielleicht noch eine Batterie bekomme. Wenn ich jetzt noch eine Batterie bekomme, dann werden wir in der nächsten Folge ein Minibike bauen. Und wenn wir dieses Minibike haben, dann werden wir in naher Zukunft noch ein paar Ausflüge machen. Das ist ja auch hingelegt. Jawohl. Äh, Jus. Vitamine nehmen wir natürlich gerne. So, die hat jetzt noch was zu essen. Aber das ist mir jetzt relativ egal. Davon haben wir eigentlich schon einiges. Gut, der war mal gründlich daneben. Ja, sag mal. Das gibt's auch nicht. Da liegt sie nieder. Das möchte ich jetzt ungern liegen lassen. Deswegen machen wir jetzt mal folgendes. Wir trinken das. Äh, schneller. Wir essen das. Schmerzmittel an sich haben wir genug. Deshalb... Lassen wir das jetzt auch mal. Ach, du hängst da hinten um den Zaun fest. Na ja, gut. Au. So, jetzt wird's kritisch. Der ist weg. Scheiße auf die Gläser. Trinken wir uns voll. Und der Rest bleibt liegen. So. Kommen wir erstmal ins Auto rein. Uninteressant. Ne, komm, wir klären das erstmal. Ich bin da für die mir nicht wohl. Oh. So, mal schauen, was der noch dabei hat. Ja, das ist uninteressant. Wobei, Moment, das machen wir anders. Also, es bringt nicht so die Welle. Habe ich den geloadet? No, den habe ich... Doch, den hatte ich geloadet. Können wir noch schnell essen. Ah, da krabbelt einer. Den habe ich jetzt fast übersehen. Das wäre lustig gewesen. Das ist in Ordnung. Jetzt fangen wir an, die solche auseinanderzulegen. Mal gucken, was da... Unsere wahre Traum, wenn wir eine Batterie bekommen. Das wäre natürlich ein Traum. Das werden wir hier natürlich jetzt rechts unten nicht sehen. Weil... Inventar voll. Wenn, dann liegt die jetzt gleich am Boden. Deshalb warten wir da jetzt einfach mal, bis ich das Ding zerlegt habe. Die Spannung steigt. Na, guck mal an. Da liegt auf jeden Fall ein bisschen was. Ähm... Springs, Leder, noch mehr Springs, noch mehr Leder. Spring, spring, spring. Nichts anderes. Fragments. Ja. So, dann können wir das so mitnehmen. Ja, dann gehen wir jetzt erstmal zurück. Wir müssen dann nochmal gucken, wegen Batterie auf jeden Fall. Dass wir die in Kürze vielleicht noch irgendwie bekommen. Leder und so haben wir genug. Deswegen lasst ihr es jetzt liegen. Ähm... Ist jetzt egal. Weil die Welle haben wir sowieso nicht. Also ich kann jetzt auch keinen Sand holen. Das... Machen wir doch alles noch. Also wir werden da... In der Zukunft... In der näheren Zukunft... Ähm... Dann denke ich doch... Na... Endlich ein... Ähm... Minibike zusammenbekommen. Also es fehlt nur noch eine Batterie. Zur Not laufe ich nochmal zum Händler und gucke, ob der eine Batterie hat und kauft eine. Aber prinzipiell ist das ja machbar. Und... Ähm... Deshalb... Wenn wir noch das Schwein kurz erschießen. Komm, du bist schon tot. Du bist schon tot. Du bist doch schon tot. Sag ich doch. Und... Ähm... Shit. Ja... Ähm... Bist du was? Ähm... Das legen wir mal kurz weg. Dann... Scrappen wir die Rohre. Das kann man dann dazu nehmen. Dann zerlegen wir die Sau. Und... Haben noch ein bisschen Fleisch mit dabei. Noch ein bisschen... So... Ähm... Animal Fett brauchen wir nicht, brauchen wir nicht, brauchen wir nicht. Das ist jetzt egal. Ähm... Fleisch und Hype mit dabei. Und so weiter und so fort. Heißt jetzt für uns, wir gehen jetzt nach Hause. Wenn wir den Müll da angeschaut haben. Das lassen wir jetzt erstmal gehen. Müssen nicht immer alles mitnehmen. Daher hab ich sowieso viel zu viel Schuld. Und ähm... Wie es weitergeht. Ob wir... Ja... Auf der Jagd nach einer Batterie... Erfolgreich sein werden. Oder nicht. Oder ob wir vielleicht doch eine kaufen müssen. Und wie es überhaupt mit unserem Bauprojekt weitergeht. Ob wir es schaffen werden... Bis zur nächsten Horde... Umziehen zu können. Und ob ich überhaupt in der Lage bin... So viel Holz zu holen... Um so viel Spikes herzustellen. All das. Und vielleicht auch noch mehr. Sehen wir in der nächsten Folge. Deshalb sag ich mal wieder... Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.